Hallo und Willkommen zu Dead by Daylight. Ich bin euer Mr. Basketman HD und ich spiele den Clown mit dem Perks... wie heißt das, Transintaktik, Tüftler, Freunde bis zum Schluss und Erlöschenes Licht. Genau, und wir sind hier immer noch, oh da ist ne Mech, wir sind immer noch in dem Chaos-Soulette-Modus. Die krieg ich auch. Nein, doch nicht. Warum verstöre ich das nicht einfach? Ich sehe sogar die ganzen Perletten, jetzt aber. So, der Anfang läuft schon immer nicht besonders gut. So, Schmattung. Danke. Die Tüftler geht an. Auch direkt neben mir. Das ist natürlich nicht schlecht. Hier war David. Ich gehe erstmal davon aus, dass wahrscheinlich der Gen hier gleich... Oh, da war ja noch Bill. Der war schlecht geworfen. Der war nicht schlecht geworfen. Der war gut. Und down. Ich liebe diese Lache. Da geht mir immer einer bei anderen. Ach, war mir klar, dass er jetzt wirklich mit... Ich finde aber Freunde bis zum Schluss ist sehr schwer anzusetzen. Weil du hast zwar die Aurasicht, aber der One-Hit-Effekt ist, finde ich, relativ kurz. So, jetzt probieren wir mal, ob ich ein paar Arschen kann. Ja, kann ich. Oh, hier hat jemand... Wie heißt das? Webende Spinnen. Also dieses Truck hier im Keller. Das heißt, das muss hier direkt... Genau. Neben mir hier sein. Ich hasse es, wenn mal geblendet wird. So. Mal gucken, ob es nochmal klappt. Klappt nochmal. So, jetzt wird es natürlich schwer. Dadurch, dass wir jetzt nicht zu viel Allergenz mehr arbeiten müssen. Mal gucken, was wir da noch rausholen können. So, jetzt ist David meine Obsession. Ich will jetzt Freunde bis zum Schluss, glaube ich, nicht irgendwie richtig einsetzen können. Zu kurz. Hm. So. Noch mal der Trick. Und der funktioniert wieder. Ja. Ja. Die kriege ich nicht. Ja. Jetzt aber. Ja. 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 Wann ist das wohl entstanden, ne? Ja. 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 Nein. Ja. 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 ein leichter wird aber ok da sitzt ich wieder hier und wieder so jetzt aber endlich So, da muss ich warten. Noch zwei Gäste. Mac, SVD, die Obsession. Das ist David. Ich muss nicht auf David gehen, aber ich dachte, ich bin immer viel zu nett. Ich dachte mir jetzt einfach, komm, scheiß drauf. Ja, T-Bagget irgendwann. Und da hab ich dich. Nee, nee, nicht mit mir. Kann ich nämlich auch. Oh, ich will schnell wegdrehen. Oh, Gott sei Dank. Ich hab im Best Moment gehört, ey. Die, ich druch's das erste Mal. Noch ein, Jen. Schwer. Mist. Ich glaub, ich mach mir jetzt selber auch viel zu viel Druck. Nee, der will ja gar nicht durch. Hallo, Mac. Jetzt läuft die mit mir hier rum. Ja. Keine Ahnung, was das werden soll. Ja, keinen Strike hat sie nicht. Dann weiß ich nicht, was das jetzt sollte. Aber ich will ein bisschen mal. Das zweite Haken wir sehen. Ja gut, sie weiß, dass du nur reinländisch. Da sagt sie sich, naja komm, dann häng ich eben das zweite Mal. Das ist blöd geworfen. Jetzt aber ja. Manchmal funktioniert der Dreck. Weil er hat ja nur die... Sorry, nur die Wahlen... Entweder weiterlaufen oder würde ich gar nicht aufziehen. So, David ist wieder Obsession. Ich weiß nicht, die Schanzing-Taktik... weiß ich nicht, ob ich die so geil finde. Also das ist jetzt nicht, was ich jetzt dauerhaft spielen würde. Ne, jemand retten? Na, zu kurz. Ah, Leon kommt nicht, der kommt sich schon oben. Das ist wieder so ein großer Loop. Den kann ich nicht verteidigen. Sag ich doch. Ach, Blenden bleib ich auch noch. Da bist du leider... ...spät an. Vorhin habe ich nämlich auch noch. So, das ist jetzt der letzte... Denn... ...Tüftler geht an. Schatten Sie ihn? Ja, schaffen Sie leider. So, aber Leon leg dich hin. Und das will ich auf jeden Fall. Der hat doch... Der will hier doch gar nicht mehr. Oh, da steht David. Genau, weil ich ihn hier sehen kann. Durch Freundebeschusses. Das reicht nicht. Ne, ne. Ich muss übergehen jetzt. So. Na. Aber ich sagen muss, die Runde läuft jetzt nicht ganz so schlecht. Ein Kill wäre noch nicht schlecht. Huch. Oh, der hat sich hingelegt. Ach, das ist hier dieses Ding von Nicolas Cage. Ja. So. Der erste schon raus. Tod. Jetzt gehen Sie auf die Obsession. Ja, sie geht auch raus. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Und so, hier runter. Zwei Kills. Zwei sind rausgekommen. Die beiden waren auch wirklich gut. Gerade die Mac. Punkte waren auch okay. Ja. Sehr gut. Ein Pepp. Ja. Dann danke ich euch erstmal fürs Zusehen. Ja. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer MrBusterman. Ade. Bis dann. Ciao, ciao.